Guten Morgen, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu Free Mills. Heute ist eine Tour geplant vom Silvio, ein Social Travel Ride Richtung Glon. Da müssten 20 Leute kommen, also ganz gut. Aber nichts Wildes, irgendwie 75 Kilometer, fast keine Höhenmeter. Wird eine gemütliche Fahrt, da nehme ich euch mal mit. Wetter wird gut, nicht zu warm, nicht zu kalt. Ach ja, genau, ich fahre heute das erste Mal mit Tuples. Bin mal gespannt, wie das wird, ob die Luft drin bleibt. Mal schauen, bis nachher. Oh, ist richtig was los. Also, hallo, also echt cool, dass ihr wieder alle da seid. Ich freue mich sehr, dass es immer mehr werden. Also, ich freue mich schon, aber ich weiß, es wird wieder Arbeit, egal. Wir machen heute wieder unseren Social Travel Ride. Das heißt, mal entspannt, gemütlich, weil Chit Chatting, Kaffee trinken und Fotos machen steht heute. Das heißt, mal entspannt, gemütlich, weil Chit Chatting, Kaffee trinken, Kaffee trinken, Kaffee trinken, Kaffee trinken, Kaffee trinken, Kaffee trinken. Das heißt, mal entspannt, Kaffee trinken, Kaffee trinken. Das heißt, mal entspannt, Kaffee trinken, Kaffee trinken. Das heißt, mal entspannt, Kaffee trinken. Das heißt, mal entspannt, Kaffee trinken. Das heißt, mal entspannt, Kaffee trinken, Kaffee trinken. Wir haben eigentlich noch eins dabei. Keine Platte, hatten wir bei Milch nicht. Okay. Und was war? Einfach Luft raus? Ich weiß nicht, ja. Mit Milch kann man auch nicht raus. Okay. Okay. Ja, aber ich habe ein kleines Problem mit meinem Hinterrad. Aber der hat die Platte, der der schnelle Sonne hat. Wannst du schnelle? Ja, ich bin Luftfahrt, oder? Wir machen eher die ganz langsame, oder? Das war der Schicksal, oder? Der hat die schnelle Sonne. Nee, das ist anders. Ich muss schnell fahren, damit ich mich zu schnell in Platte kriege. Ja, ja. Weil du drüber fliegst. Mein Schicksal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal